Bin ich drauf? Ja. Ja, guten Tag, wir sind hier auf der Gamescom am Dota 2 Stand. Für die Leute, die Dota nicht kennen, die Warcraft 3 Mod ist, ich weiß jetzt nicht genau wie alt sie ist, aber ziemlich alt und auch sehr beliebt, sogar bei den Profispielern. Wir sind hier gerade auf einem Turnier von Dota 2, der Fortsetzung. Jedoch ist dieses Spiel nicht mehr auf Warcraft 3 basiert, sondern es hat jetzt eine eigene Engine, ein eigenes Spiel. Für die Leute, die League of Legends kennen, die werden natürlich wissen, dass das hier eine große Konkurrenz für League of Legends sein kann, da es auch free to pay wird. Es wird von Steam rausgegeben und natürlich ist es genau das gleiche Spielprinzip. Und diesmal werden wohl auch die Entwickler von Dota 1 in Kooperation mit den Profispielern, von denen wir hier einige wenige da haben, das Spiel entwickeln. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau wie das aussieht, wer hier gegen wen spielt, aber ich bin mir sicher, dass die Leute, das Team, das dort oben in diesem Kasten sitzt, dass das auch bei der Entwicklung geholfen hat. Und ja, soviel zu Dota 2. 2. 5.